Das war schön, war wirklich cool. Aber Taschendücher haben gefehlt. Ich weiß gar nicht, weil sie klauen hier einen Scheiß zusammen. Hast du noch eine Handbreite, wenn du sie spielst? Nein, das ist meine dritte Hand. Ich nenne sie Elvixo. Elvixo, sehr geil. Wir haben gestern angeschaut, El Macaraci und Desperados. Boah. Begriff. Du, wir müssen lauter Hauptmänner umnieten. Und, wo ist denn sie gest? Toll Patrouille. Wollen wir die machen? Ja, machen wir die gleich. Okidoki. Moment, ich habe aber nur noch 18 Platzbedinger hier frei. Ich verkauf schnell. Weil sonst lohnt es sich nicht richtig auf Questjagd zu gehen. Boah, wo ist denn da ein Händler? Ach, hier. Um die Ecke ist so ein Rüstungshändler und so weiter. So, hau ich mal alles raus. Alles weg damit, komm. Ausverkauf. Ausverkauf! Hey, du hast 50 Angriffskraft? Ich wollte gar nicht gemerkt, dass ich sowas gekriegt habe. Wieso habe ich den Schmuck eigentlich nicht in der Leistung zum aktivieren? Meine Güte. Er hat 45 Sekunden lang... Hä? Achso. Ist das... Ja, hm. Was gibt das nochmal? Ich habe gar... Du, was sagst du? 50 Angriffskraft Standard drinnen. Gegen 26 Tempo. Aber das mit 26 Tempo kann ich noch aktivieren und bekommen dafür... 328... Angriffskraft. Okay. Oder? Wenn du daran denkst immer, dass du das aktivierst... Nee, eigentlich nicht. Dann nehme lieber das andere. Ja, ich nehme lieber das. Passt schon. Schwarzes Eis. Ich habe eine... Wieso habe ich eine Glyphe drin? Boah, ich weiß das alles gar nicht mehr, du. Die dürfte vielleicht vom Frio noch sein, gell? Schon möglich. Ich sehe auch gerade, dass... Die dritte Glyphe könnten wir auch schon aktivieren. Ich habe gar keine drinnen. Es wäre nicht so schlecht, wenn man sowas nimmt. Das machen wir aber auf Screen. Ja, ich genauso. Jetzt darum machen das. Okay. Gut. Ja. Ja, dann hauen wir rein. Platz ist wieder vorhanden. Wir können losgehen. Ja. Dann hauen wir mal die Hauptmänner um. Mhm. Die bekommen jetzt... Um hauen oder sind das Aufträge? Äh... Weil das sind, glaube ich, jetzt nur mehr Dädis, was man machen muss. Hä, wieso sind die Quests auf einmal da drüben? Die war vorhin da. Hä? Hast du das gesehen, Leute? Das hat plötzlich den Standort gewechselt auf der Karte. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, das sind... das sind tägliche Quests. Wo's? Die Trollpatrouille sind täglich? Ja. Sicher? Ja, das steht oben. Auch im Questlock. Dann bringen wir die ab, oder? Was sagst du? Ah, ja, stimmt. Trollpatrouille. Dann brechen wir die ab, oder? Ja. Na, auf tägliche, was soll ich jetzt mit tägliche? Alles, was so ein blaues Rufzeichen hat, ist täglich. Ja, dann würde ich sagen, gefangener Fußsoldat, oder? Jo. Okay. Boah, gleich 78. Ich runde jetzt mal auf 78, also dingens hier auf, dann zwei Level noch. Wo ist denn der Fußsoldat? Äh... Ich bin noch nicht da, ich kann's noch nicht sagen. Hast du die Quests nicht? Nein. Ist es auch ein tägliche? Äh, ne. Kannst du das mal teilen? Jetzt ist die Frage, warte kurz. Was heißt die tatsächlich? Ach, so heißt die. Okay. In kokos popolos. Wo ist die jetzt? Teilen. Ah, das da. Du hast das schon, sagt er. In kokons eingesponnen, heißt die Quest. Mhm. Okay, machen wir die. Ich hab nur jetzt nicht gewusst, was die durch die, nur die Questabgabe hast du gesagt. Da müssen wir wahrscheinlich bei den Spinnen hier die, die, die Netze freiprügeln und da sind die wahrscheinlich drin, was wir brauchen. Ganz genau. Ganz genau. Die armen Schweine, die gefangen genommen wurden. Lass meinen Partner in Ruhe, spinnt den nicht ein. Der, der spinnt schon genug. Manchmal kommt eben so eine böse Überraschung raus, wie der Kerl da. Ich liebe Überraschungen. Naja, bei denen überleg ich's mir schon zweimal. Da war gar nix drin. Der wurde schon rausgeholt. Oder verdauert, je nachdem. Der wurde schon mal geboren. Zweimal zieh ich den nicht raus. Super, fertig schon. Was? Lol. Das ging ja fix. Da haben wir noch was. Intakte Segler Spindrüse. Ja. Das ist halt da unten. Hol mir die Spindrüse. Oder Drüsen. Ich bin ne Drüse. Hallo. Und ich liebe Füße. Aha. Ich bin Fußfetischist. Ich kuschel mit den Füßen. Du bist der, der mit den Füßen tanzt, ja. Genau. Der tanzende Fuß. Ich bin eindeutig gesehen, dass du jetzt ein Ziel verfehlt hast. Was hab ich? Ein Ziel verfehlt. Wirklich? Der Pfeil ist durchgegangen. Knapp an mein Gesicht vorbei. Ich hatte Angst um meine Schönheit. Ich hatte Angst um meine Schönheit. Okay, das ist noch gleich eine Quest. Das hast du irgendwie um Killed. Das hat gezählt für diese Quest. Ja. Die großen müssen wir umhauen und die kleinen müssen wir droppen. Yeah. Wir hauen euch und ihr droppt was. Na komm schon, dropp was. Droppi, droppi, droppi. Mein Name ist Floppy. Und ich bin ein Hase. Full of LSD. Und kauf mir beim Sandouren einen LCD. Einen Fernseher. Und wenn es keinen Fernseher gibt, kauf ich mir nen Kaffee. Und wenn es den nicht gibt, dann trinke ich eben ein Glas Tee. Und rauche eine Spee. Oje. Kommt schon her. Und zu Weihnachten nieselt der Schnee. Den wir schon seit 5 Jahren ungefähr nicht mehr hatten. Der kommt immer danach, ne? Ja. Du merkst, dass die ganzen Jahreszeiten sich verschoben haben. Ja. Eindeutig. Aber niemand will den Kalender anpassen. Ne. Normalerweise sollte man ja auch schon tot sein. Naja. Die Meier waren schon ein sehr widerspenstiges Volk. Ja. Ich hab direkt Angst, wo die das in den Nachrichten gebracht haben. Ich hab mir schon überlegt, ob ich mich nicht vorher umbringen soll. Aber dann hatte ich doch noch zu tun. Ich musste ein Let's Play aufnehmen. Siehst du? Let's Play rettet Leben. Genau. Genau. Also deswegen ja. Seitdem hab ich mir vorgenommen, ewig Let's Player zu bleiben. Weil das hat mir das Leben gerettet. Deswegen muss ich jetzt weiter Let's Playen. Ja, ja. Wunderschön. Let's Playen rettet Leben. Ein Let's Player. Angst vor der Welt. Und darum nur in seinem Zimmer. Und hat kein Geld. Genau. Und kommuniziert mit der Welt da draußen. Doch keiner hört ihn. Denn der hat vergessen das Mikro reinzuschalten. Ja. Genau. Fehl, fehl, fehl. Er wurde bekannt als der topstumme Let's Player. Ja. Dabei hat er nur vergessen. Dabei wollte er doch nur einen Board Trove machen. Was denn? Ja. Es war einmal ein Vollidiot. Der wollte ein Let's Play machen. Er dachte sich, ich werde eines Tages ein richtig großer Let's Player. Aber als er vergessen hat, sein Mikro einzuschalten, wurde er zum größten Wardrover. Yeah. Oh yeah. Warum labern wir eigentlich so viel Scheiße am Stück? Ich weiß gar nicht warum. Wir müssen die Sendezeit füllen. Ja. Stimmt. Wir haben ja keinen Stoff zum Quatschen. Deswegen labern wir die ganze Zeit Scheiße. Weil Scheiße ist leicht gesagt, weißt du. Scheiße. Siehste? Hab ich schon gesagt. Mhm. Shit happens. Scheiße passiert. Diese Spinne kann fliegen können. So. Ich bin fertig mit dem Droppen. Ich brauche noch zwei. Dann kill ich dabei. Das zählt ja auch für dich. Yeah. Ich hab gerade die falschen Mongolüden. Was für Mongos? Diese komischen Verfeuchten. Da kommt direkt Dschungelfeeling auf bei dieser Musik. Wer was? Bei dieser Musik. Bei dieser Musik. Bei dieser Musik. Kommt schon irgendwie auf. Dschungelfeeling. Oh. Das ist dumm dumm dumm. Joseка. Oh. Ah, das kann ich nicht nachmachen kannst. Nein! Ich hab für Angst. Alles better. Prozent ich tatsache und du gehen dazu einen Spruch geben ich tatsache und du schäden wir gehen in den Wald da kann es keiner sehen Prozent Prozent und dort haben wir uns dann lieb denn mein Gehirn ist wie ein Null-Sieb ja der ist gut eine noch eine Drüse entschuldigen Sie bitte haben Sie eine Drüse für mich ja die finden Sie ganz hinten im letzten Gang im letzten Regal ich bin Legastheniker können Sie mir das zeigen das auch mir leid solche Kunden bedienen wir nicht ja sie ist ein Abschauen bedienen wir nicht das ach Schwein hat Gefühle Moment da ist aber nicht alles fertig wir müssen hinten noch das ach ne Blödsinn sind wir komplett an anderen Orten stelle da merkst du mal wie ich aufgepasst habe das bin ich schon von dir gewohnt du ich habe jetzt Level Up wenn ich jetzt das abgebe dann geht es zack Glückwunsch zack bumm bei mir geht es sogar auch raus was jetzt jo und bam alter geht es dankeschön Willkommen ich wünsche euch einen schönen Tag ich bin ein ganz Ohr ich bin ein ganz Ohr ich bin ein ganz Ohr was Prüfung des Champions jetzt schon ab 80 heute steht er dort aber auch du brauchst die itemstufe richtig 78 bis 80 ich habe 160 ich habe 155 aktuell 180 braucht das ist das schwer zu erreichen ich weiß es nicht ich glaube ein paar gute teile und dann wären wir schon so weit müssen es ja nicht unbedingt jetzt machen ist es auch ich will das um zu machen weil es das einmal ist einfach eine schöne ihn ist und Prozent es traubt auch nicht schlecht dort ich glaube ich für jede Klasse was dabei dass der Turm noch kommt und dann vielleicht schon die Prüfung der Champions ja mein Schatz wir machen es nur für dich danke schön okay gut dann würde ich sagen machen wir direkt die nächste Quest das wäre Malas der Verderber müssen wir umbringen Malas du Schwein du hast meine Frau entführt jetzt sind sie nur noch sechs fünfmal am Tag ich krieg keine hoch mehr du Sau ich hab Erektionsprobleme ach guck mal hier müssen wir gleich die kleinen grünen Dinger hier sammeln ich baue ständig wie Agra morgens abends aber ich bin Hartz 4 Opfer ich kann mir keins mal leisten Hartz 4 Opfer ist auch schön formuliert hallo Leute mein Name ist Andi ich bin Hartz 4 Opfer ja als ich zehn war wusste ich mein Traum ist es Hartz 4 Opfer zu werden das Problem ist ich habe Erektionsstörungen kann mir kein Biagra leisten meine Frau droht Schluss zu machen weil die braucht man wieder einen richtigen Kolben die Drecksau komm mal hoch hier da oben ist der Malas der Dreck der Schwein der Ungnötige bist du von außen geflogen? ich bin einfach hoch gegangen einfach hoch geflogen ok warte ich bin nämlich drin und da kann man nicht aufsitzen ich komm gleich sei ich noch Elite? ne das ist ja nicht mehr da war früher Elite die Zeiten ändern sich Sparkurs jetzt kann ich aufsitzen jetzt flieg ich hoch und suche meinen Partner mit der kalten Schnauze ok geht los ich bin der Partner mit dem langen Penis achso darf ich dich verwechseln? naja stimmt passiert mir oft ok da kann nichts das einzige was man machen kann ist seinen Kopf zu droppen ih der stinkt du Sau soll dir das mal in eine Dusche nehmen so Mistkerl der kennt wohl kein Wasser und kein Shampoo stimmt nicht nur seine Arschritze kann er reinigen das ist ja da gibt es wahrscheinlich kein Klopapier schön rückwärts wenn Viech will er gleich folgen ja soll es Dies oder du eigentlich ä